Das Gedächtnis Von Howard Phillips Lovecraft Im Tal von Nice scheint der verfluchte, abnehmende Mond dünn und bahnt sich mit schwachen Hörnern einen Weg für sein Licht durch das tödliche Laub eines großen U-Pass-Baumes. Und in den Tiefen des Tals, wo das Licht nicht hinkommt, bewegen sich Formen, die man nicht sehen soll. Rank ist das Kraut an jedem Hang, wo böse Reben und Schlingpflanzen zwischen den Steinen verfallener Paläste herumkriechen, sich eng um zerbrochene Säulen und seltsame Monolithen winden und Marmorpflaster hochheben, das von vergessenen Händen gelegt wurde. Und in den Bäumen, die in den verfallenen Höfen gigantisch wachsen, hüpfen kleine Affen, während sich in und aus den tiefen Schatzkammern Giftschlangen und schuppige Dinge ohne Namen winden. Riesig sind die Steine, die unter einer Decke aus feuchtem Moos schlafen, und mächtig waren die Mauern, von denen sie herabstürzten. Für alle Zeiten haben ihre Erbauer sie errichtet, und so dienen sie noch edel, denn unter ihnen wohnt die graue Kröte. Ganz unten im Tal liegt der Fluß Tensch, dessen Wasser schleimig und voller Unkraut ist. Er entspringt aus verborgenen Quellen und fließt in unterirdische Grotten, so daß der Dämon des Tals nicht weiß, warum sein Wasser rot ist und wohin es fließt. Der Geist, der in den Mondstrahlen spukt, sprach zum Dämon des Tals. »Ich bin alt und vergesse viel. Sage mir die Taten und das Aussehen und den Namen derer, die diese Dinge aus Stein gebaut haben.« Der Dämon antwortete, »Ich bin das Gedächtnis und kenne mich mit der Vergangenheit aus, aber auch ich bin alt. Diese Wesen waren wie die Wasser des Flusses Tensch, die man nicht verstehen kann. An ihre Taten erinnere ich mich nicht, denn sie waren nur von kurzer Dauer. An ihr Aussehen erinnere ich mich nur schwach, denn es glich dem der kleinen Affen in den Bäumen. An ihren Namen erinnere ich mich deutlich, denn er reimte sich auf den Namen des Flusses. Diese Wesen von gestern wurden Mensch genannt.« So flog der Djinn zurück zum dünnen, gehörnten Mond, und der Dämon betrachtete aufmerksam einen kleinen Affen in einem Baum, der in einem verfallenen Hof wuchs.